Ich bin Brigitte Herde und ich bin schon in Aarau aufgewachsen und in die Schule gegangen. Ich habe nicht nur gute Zeit in Aarau in meiner Jugend verbracht und bin etwas skeptisch wieder nach Aarau zurückgezogen, nach über 20 Jahren. Ich freue mich aber unterdessen, ihr Sinn hier zu leben. Es ist eine so schöne Stadt. Ich lebe jetzt seit Juli hier in Aarau und bin dran, meine dritte 17 Liter Kirchzacht zu füllen. Und es wird auch noch ein paar Wochen gehen, bis der Strassenrand vorkommt. Mein Ziel ist wirklich, möglichst wenig Abfall zu produzieren. Schüss zu meinem Einzug hier in Aarau ist das Max & Moritz aufgegangen. Das erste rein pflanzliche Restaurant hier in Aarau. Hier lacht natürlich mein veganes Herz. Und für mich trifft man dich auch sehr viel beim Mittagessen an.